ok liebe leute damit willkommen zurück bei mass effect wir wollen uns ja die entdeckung hier mal anschauen der cliffhanger vom letzten mal entschuldigung und hier gibt sie energiezelle gar nicht gesehen schauen wir doch mal ob wir hier sonst nur irgendwie spezialitäten haben zum beispiel das da palladium liegt einfach mal so rum hätte ansonsten nicht gesehen immer gucken waffenspind frachtunterlagen ja geht einfach credits warum nicht also dann gehen wir mal jemand mit dem sie durch die linke tür am ende dieses ganges okay dachte schon sie kommt mit ich da rein zugung ist beschränkt ich bin shepherd ich will hier überall rein ja das gleiche was ist erforderlich um das projekt wieder in gang zu setzen alles war vorbereitet als wir verhaftet wurden es ging nicht um können wir sondern um sollten wir ok wie sehen die alternativen aus die reaper werden dieses system in jedem fall erreichen aber das alpha portal ist ihre abkürzung zum rest der galaxie wenn sie die reaper auf distanz halten wollen muss das portal zerstört werden ja gut löst ja das problem nicht einfach nur dass wir mehr zeit haben was gibt es da zum gucken oh man hier sieht man nicht sehr viel hast du ich glaube so ein boden wird mich in echt ein bisschen irre macht vor allem wenn es ein recht die wir schaffen wir müssen das projekt wieder zum laufen bringen es ist vermutlich unsere einzige chance sekunde ich öffne die tür was ist das das ist objekt roh sie lassen das rieper artefakt einfach so rumstehen ganz offen als wir es fanden hat es mir eine vision von der ankunft der rieper gezeigt ich kann nicht zulassen dass sie das projekt in gang setzen nicht zulassen dass sie die ankunft verhindern ich habe es mir schon fast gedacht dass das eine falle ist das lady war ein fehler okay das sind die anderen arschle hier fuck komm heil dich mal wieder bitte 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 oh scheiße hier war noch ein timelimit fach 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 was ist jetzt nein habe ich jetzt verkackt abelikanten stationen fliegen zusammen wir wollen shepard lebend ah scheiße jetzt ist natürlich keine störung das beruhigungsmittel wird nicht ich hoffe wirklich dass das koffert alle konsequenzen hat dass ich jetzt davor ich selber ausgenugt hab da das projekt ist fast abgeschlossen ich dachte ich würde so etwas wie befriedigung empfinden aber da ist nur angst ich kann mir nicht helfen aber ich glaube wir machen etwas schreckliches ja absolut alter okay was haben wir da ich brauche unterstandung in der kackenstation oh cool ja wie geil ist das denn ich bin unbekannte benutzer im netzwerk entdeckt aktiviere sicherheit BOM BOM nicht verkacken bitte sehr gut die bleiben bitte noch da drin Naja gut, tödliche ist relativ beim Roboter. Hopp, geh runter. Gut, ähm... Achso, ich muss da erstmal rein. Komm! Ja, aber ja... Ja... Shepard war jetzt zwei Tage lang durchgehend ruhiggestellt. Wir mussten jedes Mal die Dosis erhöhen. Gerade eben sah es so aus, als würde Shepard aufwachen. Könnte aber auch nur eine Systemstörung sein. Keine Störung! Das Beruhigungsmittel wirkt nicht! Da ist schon C, unser Shepard. Okay, gibt's hier noch was zum Lootchen? Ne, oder? Hat auch hier, Boschflop. Ja, damit ist leider nicht zu spaßen. Gut, ähm... Waffe. Sehr gut. Krieg ich jetzt wieder mein Standard-Zeugs? Ja, gut. Wenig Zeit. Wenig Zeit. Ich muss den Asteroiden in Bewegung kriegen. Oh, fuck! Ähm... Warte mal, kann ich eigentlich... Muss ich mal ganz kurz gucken. Äh... Stimmgeber, Stimmgeber. Ich dachte, ich könnte mir aussehen anpassen. Okay. Och, nein, Leute! Ähm... So, so... Okay, das ist jetzt aber ziemlich einfach. Hehehe. Uh! Schöne Aussicht! Äh... Nice! Ah, ich müsste mir irgendwie... Ok, das ist die Übersetzung. Ich müsste mir irgendwie am Schild arbeiten. Das bin viel zu schwach. Sicher den Projektkontrollraum, lasst Shepard nicht reisen. Leiter Hochsicherheit, Protokoll 1. Wir holen den Arm. Äh, Granali. Die nichts gebracht hat. Ähm, bitte, Granali. Ah, wo ist er? Shepard ist in den Mond spartiert. Projektkontrollraum regeln. Halt den Shepard auf! Stopp! Ähm, geht an Adi-BD. Ah, Mann! Kamera! Ah! Gut, einer weniger. Alter, du nervst. Ähm, wir machen... Naja. Oh, da gibt's wieder Sachen. Credits von Mech. Einfach so. Macht Sinn. Oder macht das Spiel das anders und sagt quasi, ich hab jetzt hier irgendein wertvolles Teil und hätte so ein Spiel da verkauft, aber das wird halt nicht gezeigt, sondern, ja, kriegst sogar direkt das Geld dafür. Das würde irgendwie mehr Sinn machen. Ja, also die Böden würde ich... Ich mach doch noch gar nix. Aber bald. Was hast du da gemacht? Und... 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 Okay. Und... Okay. Okay, haben wir hier irgendwelche Goodies? Nö. Nur ihr. Na, bitte jetzt nicht drauf gehen. Komm, recover. Dankeschön. So. Unsafe. Immer gut. Hier kann man nichts mehr machen. Aber wir haben noch einen Vorschusslock. Hören wir mal rein. Okay. Die Reaper kommen, sagt sie. Aber ich bin nicht sicher, ob dabei Angst oder Hoffnung in ihrer Stimme liegt. Irgendwie soll es Angst sein. Aber wir können die Leute einfach nur so dumm sein. Ich mach mich mal unsicher. Oh, du bist nicht hier, ne? Ja. Ist sie jetzt tot? Na. Na, komm. Wo ist sie? Nice. Oh, wie ich da durchkommen werde. Oh, Shepard. Ähm. Ich bin auch ein bisschen... Nein! Oh, so ein Shit. Ah, bitte lassen wir nicht ganz am Anfang jetzt wieder starten. Wo sind wir jetzt? Ah, da. Ähm. 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 Das ist auf der Munition. Komm, lass dich nicht treffen. Gut. 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 Und jetzt müsste die zweite Welle kommen. Ähm. Machen wir mal das. Fuck. Die scheiß... Ähm. Ähm. Taktische Tarnung erstmal. Sollte öfter nutzen. Na, komm her. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Na, dann gibt's halt die Granate. Oh, nein. Nicht mit mir. Ja, tot. Ich bin da noch extra reingelaufen. Komm. Oh, nee. Ähm. Munition wäre jetzt schlecht. Okay. Munition. Vielen Dank. Wo waren das jetzt alle hier? Oh, man ey. Ich bin wirklich nicht gut in sowas. Ähm. Froschenschlok. Hier bin ich davon überzeugt, dass wir das Projekt abbrechen müssen. Wir wissen einfach nicht genug darüber, was die Reaper eigentlich wollen. Nice. Ähm. Project Control. Es ist dazum, davon auszugehen, dass die Reaper den Untergang der Galaxie bedeuten. Laut Legenden waren sie früher auch schon mal da. Und trotzdem gibt es noch immer Leben. Oder etwa nicht? Ja, es kommt davon, wenn man zu wenig weiß. Liebe Dame. Okay. Okay. Gibt es jetzt einen Boss-Battle? Ja, sowas in der Art. Shepard ist unterwegs zum Projekt. Warum kann ich jetzt das nicht machen? Weil du verdeckt bist, oder warum? Burn, baby! Ja, noch mehr für euch. Nice. Dann haben wir jetzt nur noch die zwei Typen hier. Und du machst auch mal bitte einen auf Burn. Wir machen mal kurz den Tag der Strahlung. Fuck. Shit. Das hat jetzt gepriezelt. Ähm. Burn. Dann haben wir hier noch zwei. Oder den Zweiten, besser gesagt. Taktische Tarnung. Scheiße, du auch noch. Komm. Heil, 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 heil. Braucht er denn so lange? Taktische Tarnung. Und da war es noch einer. Glaube ich zumindest. Weißt du was? Ich nutze jetzt mal die Big... Die Abelansche hier. So habe ich keine Lust mehr. Jetzt gibt es aber irgendwie bin ich sehr viel. Außer, dass er jetzt eingefroren ist. Oh. Nice. Gibt es hier noch was zu tun? Ich gehe mal wieder auf die Waffe. Hier hat es keine Buttons oder so? Oh. Aber hier. Willkommen in der Projektkontrolle. Ich will das Projekt aktivieren. Warne. Die Aktivierung des Projekts für zu geschätzten Verlusten in Höhe von 305.000 Opfern. Möchten Sie vornfahren? Wow. Ja, wir haben ja nicht wirklich eine Option, oder? Aber das ist... Puh. Projektaktivierung wird durchgeführt. Warne. Kollision mit Massenportal steht unmittelbar bevor. Beginnen wir mit Evakuierung. Äh. Materialische Kolonien... Ja, macht Sinn. Achtung! An alle Kolonisten im Bahak-System. Hier spricht... Shepard Knight! Haben Sie eine Ahnung, was Sie getan haben? Sie lassen mir keine Wahl. Wenn wir den Asteroiden nicht aufhalten können, müssen wir ihn zerstören. Wo finde ich Dr. Amanda Kensen? Dr. Kensen ist unterwegs zum Reaktorkern-Pol. Ach, ney. Eine E-Zero-Kernschmelze müsste reichen. Wegen ihm wird jeder auf diesem Felsen vernichtet. Nicht, wenn ich Sie zuerst erreiche. Ja, toll. Äh, wir fliegen aus Massenportal zu. Und dann haben wir auch noch eine Verlusten hier. Abmarsch! Aber bitte lass es kein langer Weg sein. Uh. Noch eine Zwischensequenz. Oh, das ging schnell. Nein! Halt, Kensen! Sofort! Freundin von Hackett oder nicht, ich werde Sie töten. Sie zwingen mich dazu, Shepard, das wissen Sie! Oh, Shepard, mach was! Es gibt keinen Kopf. Und für Ihre Taten gibt es keine Erlösung. Ich werde sterben, ohne die Segnungen der Reaper erfahren zu haben. Und Sie sterben einfach nur... Verdammt, Kensen! Fuck. Die Atmoske. Ähm, so. Oh, Mann! Oh, Mann! Ähm, so. Ja, trotzdem! Achso. Ähm... So, ich habe natürlich nicht Shadow-Wift hier. Anderes... Ja, natürlich. Fuck. Deckung. So, eine noch. Ich lasse mal verbrennen. Noch einer? Nein. Gott, wir machen uns mal hier die Sachen wieder. Kühlungssteuerung. Stabilisiere ich den Reaktorkern. Alle automatischen Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert, um den Reaktorkern zu stabilisieren. Führen Sie manuell Kühlstab A von dieser Kontrollstation ein. Führen Sie manuell Kühlstab B von Kontrollstation B ein. Dadurch hat der Reaktorkern stabilisiert. Kühlstab A wieder eingeführt. Der Reaktorkern hat eine... Okay, dann gehen wir mal zur Station B. Alter, die wird doch hier jetzt alle drauf. Wieso macht sie das? Ich will hier ganz schnell wieder runter. Äh... Hier darf ich nicht rein. Alles klar. Lass mal das Zeugs. Bidia! Neue Credits. Achso, jetzt muss ich da hinten rein. Alles klar. Müssen die Oberflächen jetzt hier nicht extremst heiß sein? Ja, so D10. Was? Warum? Ach man. Oh. Ich glaube, der soll so nicht sein. Komm. Burn, Baby. Okay. Kann man das jetzt wieder stoppen hier? Oh meinst. Ich bin mal gar nicht sicher, ob das gut ist, wenn das an ist. Oh, das wird uns das... Ah, fuck! Arschloch! Alter, Alter, lass mich weg! Lass mich weg! Fuck! Der darf mir echt nicht zu nahe kommen. Hä? Nicht die Wache. Ah, da. Super, hallo! Okay. Ah, wieder unsichtbar hier. Ah, ich glaube, ich muss nochmal die... Die Fähigkeit muss ich nochmal repelnen. Oh, nee. Okay, wir nehmen jetzt mal die Big Mama wieder raus. Tschö, der ist unten. Gut. Na toll, jetzt steht der wieder nicht auf. Wo ist der andere, Heini? Ähm. Gibst du noch? Der lebt noch. Okay, wir gehen wieder auf die Waffe. Alles klar. Ähm. Irgendwelche Buttons... Nee, ich scheiße nicht zu. Wir gehen mal hier rein. Okay. Okay. Äh. Ich bin hier runter. Ganz schnell. Ach, Mann. Das ist nicht witzig. Und dann nehmen wir wieder Big Mama. Beide eingefroren. Nee, nur er. Ich mag die Waffe. Ach, schade. Ich dachte, Gott, er explodiert nicht. Ja, ist ja schon klar. Das ist ein mega Leibwind hier. Uh, da gibt's wieder Goodies. Ja, neue Kräfte. Äh, das ist ziemlich hell. Muss ich hier was machen? Nö. Ah, da hat's wieder was. Pidea. Aber nur Money. Da kommt schon wieder englische Ausgabe. Ah, mein Malester. ja da hinten jetzt kommt noch irgendwas abfloppen sich und dann Wollen wir nochmal in den Krieg mal nach? Ne. Gut. Nein, komm hier schon! Oh, scheiße. Unsichtbar. Okay. Schilde. Oh no! No 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 no! Klingst er weg, der explodiert. Oder auch nicht. So, komm. Schilde, 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 bitte, danke. Ja, aber der rafft irgendwas. Okay, gut. Ähm, ich hab jetzt kaum noch Munition. Oh, jetzt hab ich wieder welche. Nice. Oh, ernst jetzt? Ähm, einmal so. Wunderbar. So, das machen wir zuerst. Machen wir mal in die zweite Kühlung. Wunderbar. Was ist es denn? Glaub dir mal. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich kann die Energieversorgung der Maschinen immer noch übernehmen. Versuchen Sie ruhig mich aufzuhalten. Äh, ja, mach ich. Gehen Sie vom Reaktor weg. Sie haben alles ruiniert. Ich kann das Flüstern nicht mehr hören. Umdrehen. Sofort. Sie haben mir alles genommen. Ich werde die Ankunft der Reaper nicht erleben. Nein. Sie hätten nur... Sorry. Oh, das musste jetzt sein. Fuck, 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 fuck. Oh, bitte, die Akku wird halt. Fuck. Was macht das jetzt? Warmer. Kollision steht bevor. Joker, hier ist Shepard. Holen Sie mich ab. Sofort. Kommunikationssystem beschädigt. Vertraut. Evaporierungsprotokolle aktiv. Das gesamte Personal zu den Rettungsschuttle. Wo finde ich ein Rettungsschuttle? Nehmen Sie den Aufzug von diesem Raum zum externen Zugang. Begeben Sie sich von dort aus zum Kommunikationsturm. Die verbliebenen Rettungsschuttle... Ich muss zu diesem Kommunikationsturm und einen Shuttle erwischen. Meine einzige Chance. Ähm... Boah, natürlich. Wir haben das wieder rumschießen. Oder? Ja, natürlich. Ähm... Kommunikation Center. Siebt da eigentlich schon mal was? Nö. Bitten, dass da jetzt jemand kommt? Oh. Ich komm da rein. Ah, nein. Ich muss jetzt erst nicht mehr sein. Hm. Shuttle Bay. Warte. Warte. Ja, ich bin dabei. Tür. Was haben wir hier noch? Das wird sich so falsch an, hier Sachen zu sammeln. Warte. Oh, nee. Muss ich jetzt... Mache ich jetzt einen Moonwalk? Ah, Leute. Ich bin nicht hier weg. Ähm... 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 Okay. Einmal die Pläne bitte. Ah, das war. Ah, shit. Na, scheiße. Big Daddy. Aber ganz groß, Big Daddy. Fuck. Ähm, jetzt brauche ich... Oh, super. Fuck. Okay. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Komm jetzt. Bist du jetzt tot? Ja, ich glaube schon. Irgendwann eingefeloren. Nein. Was war das jetzt? Ich hatte ein Anschluss oder was. Oh Gott. Bitte, lass nicht noch einen von denen hier haben. Ich will hier weg. Oh, da ist ein Portal. Ähm. Fuck. Das sieht nicht so gut aus. Das sieht nicht so gut aus. So ein Scheiß. Ich glaube, ich glaube, ich bin hier falsch. Kann ich vielleicht bei dem Turmus machen. Da ist jetzt gerade irgendwie... Ah, da. Kommt Portal. Die Topik nicht gesehen. Ich weiß nicht. Oh. Externe Kommunikationskanal offen. Shepherd an Normandy. Joker, hören Sie mich. Oh. Was ist das jetzt? Sie werden langsam lästig. Sie bekämpfen das Unvermeidbare. Staub der kosmischen Winden trotz. Das mag Ihnen wie ein Sieg vorkommen. Ein Sternsystem geopfert. Doch selbst jetzt sind Ihre größten Zivilisationen dem Untergang geweiht. Ihre Herrscher werden darum betteln, geerntet zu werden. Ähm, ja. Wird Sie sinnlos sterben. Ihr Ende wird kommen. Ihre Spezies wird fallen. Machen Sie sich bereit für die Ankunft. Commander Shepard, Normandy zur Abholung im Anflug. Verstanden. Ja, Gott sei Dank. Da kann man schnell das Mortal nutzen zum Bigchatten. Wir wollen hier gleich alles in die Luft gehen. Aber sie machen das wirklich. Oder? Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ich hoffe, wir haben das jetzt ganzes Volk gerade ausgelöscht. Ja, Gott sei Dank. Das war bevor das Massenportal explodiert ist und ein gesamtes batterianisches System vernichtet hat. Was zum Teufel ist da draußen passiert, Commander? Ja, fangen wir damit an, was du eigentlich aktuell leistest. Haben Sie Informationen darüber erhalten, was geschehen ist? Ich weiß nur, dass ich sie losgeschickt habe, um Amanda Canson aus dem Gefängnis zu holen. Und jetzt ist ein gesamtes System vernichtet. Ich hatte gehofft, sie könnten die logische Lücke zwischen den beiden Ereignissen schließen. Ähm, ich habe gedacht, was notwendig war. Aber ich hatte auch keine Wahl. Ja gut, eigentlich hatte ich schon eine Wahl, aber die andere Option wäre ja irgendwie hirnrissig gewesen. Ich hatte auch noch nie zu warnen, aber die Zeit war zu knapp. Die Batterianer melden keine Überlebenden auf Aratod. Wenigstens haben sie es versucht. Und Sie glauben wirklich, dass die Reaper-Invasion eine Bedrohung darstellte? Ganz ohne Zweifel. Uns blieben buchstäblich nur noch Minuten. Das steht mit Sicherheit alles in Ihrem Bericht. Ich will nicht lügen, Shepard. Die Batterianer werden Blut sehen wollen. Es gibt genügend Beweise für eine Hexenjagd. Und wir wollen keinen Krieg mit den Batterianern. Aber nicht, solange sich die Kollektoren da draußen unsere Kolonisten greifen. Was meinen Sie damit? Sie haben aus sehr guten Gründen gehandelt, aber... In dem System lebten über 300.000 Batterianer. Sie sind alle tot. Sie sind gestorben, um Billionen von Leben zu retten. Ich hätte Sie gerettet, wenn es möglich gewesen wäre. Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Bei mir rennen Sie offene Türen ein, Commander. Wenn es nach mir ginge, bekämen Sie einen verdammten Orden. Leider wird das nicht jeder so sehen. Ja, was ja auch klar ist nach so einer Aktion. Was schlagen Sie also vor? Die Beweise gegen Sie sind bestenfalls lückenhaft. Aber irgendwann werden Sie auf der Erde vor Gericht erscheinen müssen. Das kann ich nicht verhindern. Aber ich sorge dafür, dass es Ihnen nicht leicht gemacht wird. Okay. Ich werde mich stellen, wenn das Ganze dann vorbei ist. Ich stehe nach dieser Mission gerne für einen Prozess zur Verfügung. Freut mich, dass die Arbeit für Cerberus Ihrem Ehrgefühl nicht geschadet hat. Tun Sie da draußen, was Sie tun müssen. Und wenn die Erde ruft, erscheinen Sie in Ihrer besten Uniform und stellen Sie sich den Vorwürfen. Bis dahin behalten Sie das. Ich brauche Ihren Bericht nicht, um zu wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Jawohl, Sir. Das war eine große Leistung, Commander. Okay, krass. Ah, die lade Musik mal wieder. Okay, dann schauen wir mal, ob jetzt nach dem Ende gerade eine Besprechung kommt. Dann hören wir uns die noch mal an. Ne, tut's nicht. Und, gibt's Post? Nö. Okay. Ja, schauen wir uns in der nächsten Episode an. Ähm, ich werde noch ein bisschen Rohstoffe farmen gehen. Ich werde noch, äh, ein paar Sachen erforschen. Waffen austauschen. Vielleicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Und wow, krass. Krass. Muss man da halt Zeug gemacht haben. Also, bis denn dann. Tschööö. Tschöööö. Tschööö. Tschööö.